Wir verteilen euch auf Teams. Ich brauche zwei Captains. Wählt eure Teams. Kilowatt. Salmon. Nein. Let's go! Let's go! Oh! Get her, man! Das ist geil. Jetzt du, Baby! Coach, kann ich Sie was fragen? Es geht doch darum, aus den Jungs ein Team zu machen, wie... Wie soll ich sie battlen lassen? Ja. Ist Ihnen die Stimmung nicht übel genug? Ja, Mann! Ich versuche nur herauszufinden, wieso wir die Hornissen ärgern. Ist ja nicht so, als würden sie den Druck nicht spüren. Aber es ist der Falsche. Nur der Richtige macht sie zum Team.